so meine damen und herren da machen wir auch weiter ja äh äh schade hier sind wir nun mit der ersten runde kristen was denkst du ich glaube das geht gleich los viel erfolg hör bitte auf deinen teamkollegen zu sabotieren dann können die alle einfach schabend nicht bremsen gemacht schade 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 Du hast die Hälfte des Rennens hinter dir. 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 Oh, nice. Angreifen bestätigt. Mein Gott, ey. Wundere dich nicht, wenn du dafür attackiert wirst. Wenn die so scheiße fahren. Also ich gehe hier, ich blockiere, ey. Meine Fresse. Hey, bleib lieber auf Abstand, damit sich die Lage wieder beruhigt. Guter Start. Bleib an der Spitze. Das war die Hälfte des Rennens. Das war die Hälfte. Letzte Runde. Bleib bis zum Ende in Führung. Das war die Hälfte des Rennens. Das war's für heute. So, das ist ein 3 von 3. Der Malfoy McRae entscheidet wieder von 2, aber ich denke mal, der Bugatti ist nicht sein Auto, deswegen würde ich nachher wieder weiter hinten sitzen. Mein Ohr jetzt... Was heißt jetzt nicht beim Fahren? Es geht in die alles entscheidende letzte Runde. Christian, was denkst du gerade? Okay, darauf kommen wir gleich zurück, denn jetzt geht es los! Verstanden, angreif. Ich gebe es weiter. Okay, das wird angegriffen. Vorsicht! Du hast dieses Auto einmal zu oft gerannt. Was ist das, was du? Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020